Sie wollen Ihren Studierenden etwas skizzieren oder aus einem Lehrbuch zeigen, haben aber weder Zeit noch Lust, sich mit einem Grafiktablet oder einer Dokumentenkamera auseinanderzusetzen? Kein Problem, dafür bedarf es nicht viel. Alles, was Sie dafür brauchen, ist ein Selfie-Stick, Ihr Smartphone, ein Blog oder ein Buch und natürlich ein Stift, der gut sichtbar ist. Das können Sie dann entweder in der aktuellen Phase per Videokonferenzsoftware übertragen oder auf einen Beamer, wenn das wieder möglich ist. Um das Ganze einzurichten, demonstrieren wir Ihnen hier das Setup. Sie haben also das Blatt Papier, Sie haben den Selfie-Stick und dieser hält das Handy so, dass es wie eine Dokumentenkamera von oben herabfilmt. Dort öffnen Sie dann einfach eine Videokonferenzsoftware, hier zum Beispiel Zoom, und starten ein Meeting. In diesem Meeting wählen Sie dann die Frontkamera aus. Die Frontkamera stellen Sie so ein, dass Sie das Blatt Papier ideal zeigt. Und dann kann es schon lesgehen. Sie schreiben auf das Papier und das Bild wird direkt live übertragen. Und so sieht das dann beispielsweise für die Studierenden aus oder aber auch, wenn Sie sich mit einem zweiten Gerät wie Ihren Notebook einloggen und dort dann die Kamera öffnen. Und dann können Sie dann auch wiedersehen. Vielen Dank.